Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Bierkalender. Heute ist der 17. und das Bier gestern habe ich nicht mehr getrunken und weil ich nämlich nur so auf einer Art Weihnachtsfeier war. Nichtsdestotrotz, ich werde es nachholen und jetzt schauen wir was heute der 17. so für ein Schmankerl bietet. Ich justiere jetzt die Kamera ab. So, schön. So, der 17. Und tadaaa, nochmal tadaaa, eigene Lage. Ja, das glaube ich könnte gut sein, aber ich werde es heute nicht trinken, weil ich bin halt ein bisschen schlecht beinahnt von dem Feieringest, ein bisschen zu runtergeluckert. Jetzt muss ich halt ein bisschen starten. Aber ich hole es nach. Also, eigen ist versprochen, trinken Sie nach. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut es morgen wieder vorbei. Also, einen schönen Tag noch. Servus.